die schutz gehen zurückfallen ja das ist schön jetzt geht es mal wieder besser ok wo muss ich denn hin super dann wollen wir den mal befreien hallo so funktioniert die helikopter so shift ist zum erstmal ein bisschen die hier hoch ok ja mensch ich werde das schon irgendwie hinbekommen so ich muss auf jeden Fall über diese Hügelkette wow das ist echt mal der Hammer ich weiß jetzt nicht wie ich landen soll weil ich nicht drauf geachtet habe mal wieder mal wieder ok irgendwie muss ich ja gleich schlecht werden kann mir mal jemand sagen wie ich jetzt hier absinken soll ok einstellungen helikopter helikopter drohne einstellungen controller fahrer nein numpads so nur gamebeds nein ok wir haben das hier gehabt nochmal einstellungen sprache audio grafik video hood controller tastatur maus zielmodus halten steuerung wäre schön standard schema fußsteuerung tastenbelegung super umschalten das war irgendwo bei die shift taste weil die ich ja gar nicht mit enthalten war obwohl ich habe ja irgendwas gesehen gerade tastatur und maus tastenbelegung äh spielerfigur kampffigur fahrzeuge hubschrauber gas wegnehmen ctrs wahrscheinlich die stringtaste ähm ja dann lande ich mal super den helikopter kann man wieder gebrauchen wow krass ähm aussteigen müsste ich auch mal stimmt ich dachte ich steige mit aus warum der es gerade nicht gemacht hat gut dann wollen wir mal was willst du hier dann steig dich mit dem finger auf kleine menschen so sichern jetzt sind wir da angekommen und jetzt hören wir uns mal an was sie zu sagen haben wissen Sie denn die 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 sagen Sag mir mal. Na dann viel Erfolg. Für mich ist erstmal kurz gleich eine Pause und so weiter. Das kommt für mich erstmal in Frage, was blinkt denn hier in meinem Handy immer? Ach, Fazerbucke und Twitter auch noch. Also was wollen die denn alle von mir? So. Gut, jetzt will ich aber mal was gucken. Herausforderung. Also man kann fortsetzen. Zurück zum Hauptmenü, Desktop und so weiter. Ähm, Schwierigkeit. Kann man das, äh, jederzeit ändern? Äh, der einfachste Spielmodus für ein entspanntes Spielerlebnis. Man kann es also jedes Mal ändern. Das ist schon mal ganz praktisch. Ubisoft Club. Ähm, ja, ich musste die Zugangsdaten nochmal finden, weil ich hab ja damals das ägyptische Spiel gespielt. Wie heißt es nochmal? Von Assassin's Creed. Ähm, das lief ja auch über Ubisoft. Herausforderungen. Mhm. Habe ich hier schon was erreicht? Nein, natürlich nicht. Einführung. Okay. Ich spiele mal kurz ein bisschen rum, um einfach mal zu schauen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Hier ist ja übrigens, ja hier ist ja das. Was gibt es denn hier noch bei dem Monitor Samsung? Genau, das ist der große Fernseher, über den, über den ich spiele. Ähm, Fenstermodus randlos. Okay. Auflösungskalierung 1,60 Hertz. Gut. Schärfe, Gamma und so weiter. Hat er jetzt alles automatisch so eingestellt? Genau, das ist immer eine Auflösung hier. Ähm. Das war jetzt die Grafik. Äh, Sichtweite im Mittel. Ich glaube, das war so automatisch eingestellt dann. Je nach der Grafikkarte. Ich habe ja hier eine 1050er, nur drinne noch. Also eine etwas ältere. Und in dem Laptop habe ich ja eine 2060er GTX. Das war, ja, wer ist denn mal diese ganz neue Grafikkarte? Ja. In der Theorie sollte er jetzt hier gespeichert haben. Weil hier war ja das magische Wort Das sagt manche Brostaturierde auch, wenn sie nicht bei ihren Schärfen sind. Hocharbeiten möchte. Jetzt muss man nicht mal prostituiert sein. Ähm. Ausrüsten. Waffen checken und so weiter. Haben wir auch schon? Kann ich hier wieder speichern? Nee, kann ich nicht. So. Ich werde jetzt das Spiel beenden. Ich werde jetzt mal in die Pause gehen und so weiter. Werde mal die Folgen schneiden. Und dann werde ich mal gucken, ob der Turm funktioniert hat und so weiter. Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Wann, weiß ich nicht. Das wird so eine Art Spontanspiel sein, wie bei Graf Tobi. Aber ich habe ja sowieso so vieles jetzt online. Von daher mache ich jetzt einfach mal Just for Fun und nicht mehr nach Planung. Aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm. Bringt mir auch seitdem auch kein Geld. Was soll es dazu? Ich mache es aber nicht so hoch, weil es mir Spaß macht. Von daher. Danke fürs Zuschauen. Abonniert mich einfach. Das wird mich sehr freuen. Und zu mehr kommt mein Kanal bekannt. Ja, bete mit mir.